Hallo ihr Lieben. Herzlich Willkommen bei Sunny Vlog. Wir sind bei der Crafting Challenge. Malorie ist sehr hungrig. Okay. Das geht ja schon wieder gut los hier. Und dann komm mal hier runter. Und dann schauen wir mal. Da ist ja nicht wirklich viel mehr drin. Ein leerer Teller. Guck mal da ist noch was drauf. Guck und dann. Nicht spielen. Und dann nimmst du dir was davon. So. Erstmal das Kind versorgen hier. Okay. So. Wir sind. Zweiter Anlauf. Sozusagen. Bei der Crafting Challenge. Bei Ben und Maeve und Malorie. Ben und Maeve schlafen noch. Die kleine Malorie ist schon munter unterwegs. In der letzten Folge waren wir ja bei Tina Tinker zu Besuch. Die hat uns leider keine neue Möglichkeit zum Herstellen oder kein neues Objekt zum Herstellen gezeigt. Jetzt müssen wir mal gucken. Oh wow. Whitechester Studentin Nadine möchte den Artikel Kabelmusterteppich auf Flopsy erwerben. Yeah. Heute steht mal wieder... Heute steht mal wieder... Oh, jetzt hab ich die geweckt oder was? Ähm... Heute... Sind wir... Wir sind jetzt im Herbst. Das heißt... Mh... Mh... Jetzt muss man mal ein bisschen was mit den Pflanzen heute auch machen. Und dann kannst du... Malorie beibringen auf Töpfchen zu gehen. Dann kann sie noch nicht alleine. Ich hätte ganz gerne, dass sie das alleine kann. Fehlt auch tatsächlich nicht mehr so wirklich viel dazu. Und dann hoffe ich, dass Ben heute ein bisschen mehr Glück hat. Gestern war er irgendwie ein bisschen auf Kriegsfuß mit sämtlichen Herstellen. Ich habe gehört, dass du dich mit Tina Tinkan gefreundet hast, sie ist ziemlich cool hier. So, sie ist zwar inspiriert, aber Kindererziehung muss halt auch sein, ne? So, dann müssen wir mal gucken, dass wir heute wieder ein bisschen was zusammen kriegen, dass wir ein bisschen Geld verdienen, denn wir müssen ja das Haus noch mal irgendwann ein bisschen oben bauen. Damit wir noch eine Bar rein kriegen. Ich glaube, ansonsten sind wir ziemlich gut tatsächlich davor. Gut, wir brauchen noch ein paar Sachen fürs Wohnzimmer. Aber... Ziemlich Level 4 erreicht, genau. Genau, Schreibtisch fehlt noch. Ben verschwindet aus dem Rampenlicht. Oh jejei. Das ist nicht so wirklich dramatisch. Das Jugendfest hat begonnen. Okay. So, sie ist jetzt auf Level 2. Ja, sie kann jetzt allein. Das tat sie mir jetzt. Wunderbar. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Schon mal danach kann... Deine normalen Schaumbad mal verpassen. Die Dusche ist irgendwie auch ziemlich witzig, sehe ich gerade. Jawoll. Dann lass mal ein bisschen schlafen. Gut, geht ihr? Ja, weiter. Jawoll. Das ist hyvä. Das ist gut. Gut, ich möchte mal ein bisschen stehen, oder? Ja. Oh, sie läuft. Steck sie mal in die Wanne. Dann heiraten wir. Hallo Sophia. Hier die Wand müssen wir auch nochmal. Die beiden Heimarten lassen. Einmal unter den Armen lassen. Und hinter den Ohren lassen. So, Kind fertig. Dann kann sie sie nicht säubern. Sie sieht doch nicht sauber aus. Ach, da wird es geschweifelt. Mein Gott. So, und du kleine Maus. Komm mal hier hin. Und dann kannst du hier an uns hin. Spielen! Genau. Der Herr des Hauses ist auch wach. Sehr schön. Von denen geht es eigentlich ganz gut. Doch, dass er mal... ... 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 warte die 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 das ist die 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 Und hier kannst du auch noch mal Teile flödern. Dann kannst du noch mal noch kleinen Teile flödern. So, jawohl. Klingt der auch wieder? Und... Na, ich kann mal was kochen. Mal gucken, ob wir was von dem... Taku-Auflauf. Taku-Auflauf. Fishing Chips. Das ist eins von den neuen Sachen hier. Die sind ja jetzt mit dem Update gekommen. Okay, ja, aber dafür fehlt uns... Das Butter holen wir es auch mal. Ähm... Aber dafür fehlt uns... Ach, das können wir eh nicht machen, weil wir keine Zutaten dafür dazusetzen können. Dann... Es ist ja schon 14.30 Uhr. Gibt's heute mal einen Erdbeerkuchen, würde ich sagen. Oh, das sieht sehr spannend aus. Das sieht sehr spannend aus. Kannst du das noch verbessern? Was er aufbereitet hat, wird besser das doch mal. Das müsste ja relativ flott gehen. Vielleicht ist danach auch der Kuchen fertig. Kannst du das nicht machen? Oh, Mäustchen? Was ist los? Schau mal. Was sind von Meloinen? Guck mal, ein Erdbeerkuchen hat die Mama gemacht. Und wenn kann ich dann auch ein Stück nehmen. Kannst auch essen. Schreib ihn noch. Komm rein. So, dann haben wir noch... Hier ein bisschen Geld. Jawohl. Mei, wenn es fertig ist, dann rollst du bitte auf. Und dann kannst du mal... Wie geht es? Was ist das? Pflanzer sprechen. Guck mal, die kannst du ernten. Die brauchen wir. Und das Ding können wir auch noch verkaufen. Was möchtest du? Witze schreiben. Guck mal, kann ich das mal aufrollen? Und... Was macht sie denn hier? Guck mal, mein Mann. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. So lange es hell ist. Und danach kann sie die Hälfte gleich ein bisschen strecken. Ich muss nicht. Ich muss nicht. Ich bin freundlich. Beziehungstipps geben. Nachtragsfragen. Ich freu mich, dass meine Lama wirklich langweilig ist. Ich kann nicht nur die Lama sehen. Das ist jetzt nicht... Gut. Dann einmal das verkaufen. Wir reden immer nur davon, was wir machen können. Aber niemals darüber, wo wir arbeiten. Vielleicht solltest du ein Schreibtisch herstellen. Na. Dankeschön. Darauf haben wir doch gewartet. Wir machen jetzt mal die Schreibtisch herstellen. Gibt es nur das Kind rum? Und da stellen wir mal einen Kühlschrank an. Und da stellen wir mal einen Kühlschrank an. Mal schauen, ob diesmal klappt. Oh ne. Jetzt wird die... Toll. Was? Hast du das gesehen? Das ist richtig. Versuchen wir nochmal fertig. Ich kann ja nicht an der Maschine gehen, weil Tina hatte ja nichts gemacht. So, und du? Ja, dann strick nochmal einen Polsterhocker, den können wir noch verkaufen, damit wir hier vielleicht mit dem Fricken ein bisschen weiterkommen. Man könnte eh nicht quatschen, ne, mit dem Fricken. Die funktioniert ja nicht, natürlich. Ach Tina, kannst du das mal wieder ins Regal nehmen? So, wo sind wir denn da jetzt dann? Na gut, er ist aber zuerst auf Level 2. Ich halte ihn ein bisschen wenig vielleicht auch noch. Na, mal gucken. Also ich glaube, ich hätte dann tatsächlich, wenn wir dann bauen, auch noch so eine Art Anbau hier gerne, wo er sozusagen einen Werkraum hat so ein bisschen, wo wir dann die Herstellungsmaschine und die Werkbank und das Teil da reinstellen können. Ah, Bär, dann gibt mir noch ein bisschen wenig Geld dafür. Ja. Ein bisschen schneller hier. Oh Gott, das klappt jetzt, na. So. 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 Und dann gucken wir uns den gleich mal an. So. 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 Ich würde sagen, der kommt direkt. So. So. Ich würde sagen, der kommt direkt. so. Aber ich glaube, den kann man jetzt, glaube ich nicht herstellen. Ähm. So. Möglichmente. So. 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 Ich müsste jetzt gerade noch ein bisschen die Fragen. sie hat jetzt fertig so du bist echt müde ich weiß stell den mal noch bei Plopsy rein und dann Martina ist weg sie braucht nicht mehr warten und dann geht es zu schlafen so mal gucken ob es vielleicht noch das Level 3 der ich Angst will ich halt heute schaffen ich habe dich im Auge Muscle ja ja Level auf geht hallo äh die Muscle aber hier nicht ok ja ich glaube auch jetzt hätte ich eine Kommode können ok und er fühlt sich unwohl ok zeig mal so das ist ja ganz so schnell auf guck mal die kann man sich noch hier noch gut packen oder besserer Idee ok dann kannst du und Kuchen hin k k k k Ah ja, gleich vorbei. Ich schicke ihn noch einmal kurz durch. Und dann darf auch Ben schlafen gehen. Und beim nächsten Mal müssen wir, glaube ich, tatsächlich mal wieder für Geld sorgen. Das heißt, Ben muss malen und herstellen und zwar was, was er verkaufen kann. Die Mail muss auch noch mal ein bisschen in die Plette kommen. Aber okay. Ja, ihr Lieben, an dieser Stelle beende ich den Pater heute. Wie gesagt, Ben geht jetzt auch nur noch ins Bett. Und dann ist heute Feierabend bei denen. An dieser Stelle verabschiede ich mich dann auch. Hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin, ihr Lieben. Ciao. Bis dahin kann. Vielen Dank.